Heidat raus! Heidat raus! Heidat raus! Heidat raus! Heidat raus! Der Jörg ist das größte Arschloch. Ich möchte es ihm sagen. Wir haben Lichterwehre in Österreich organisiert. Gegen uns haben das Lichterlfeste veranstaltet. Ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, hat die Bundesregierung schon eine Arbeitspflicht eingeführt, weil wir eine Pfeiffer abgeben haben, aber sie sind schon da. Ich begrüße Sie also herzlich. Ich habe natürlich heute auch mir es nicht nehmen lassen, einen Besuch in Graz zu machen, um auch ein paar, die ihre Stimme schulen wollen, herauszufordern. Es ist immer in Graz ein tolles Erlebnis, dass man mit einigen demokratischen Gesindeln zu tun hat. Was glaubt ihr, wenn die die Luft aus Rheinlande einmal mit zwei Händen arbeiten müssten und nicht nur schreiben müssten? Also, irgendwie, irgendwie seid ihr bedauerlich gewesen. So, jetzt bin ich da wieder außerschlingig. Und zumindest ein Schilhaber. Ja, das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Nein, nein, ich schau eigentlich aus, wenn du nicht rauskommst. Das ist gar nicht, aber... Ja, ja, ja. Aber ich bin da überraschend. Ich bin da eine Frau aus der Sonne. Ich bin da eine Frau aus der Sonne. Und jetzt bin ich da ein paar Waffe, ich bin da eine Frau aus der Sonne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017